Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 9. November Und vertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. So jemand Klage hat wieder den anderen, gleich wie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Kolosser 3, Vers 13 So jemand Klage hat wieder den anderen. Selbstverständlich haben wir Klage gegen den anderen. Wir leben ja in einer Welt, in der ein Sündenfall geschehen ist, in der die Harmonie im wahrsten Sinne des Wortes zum Teufel ist. Wie sollten wir da nicht Klage haben wieder den anderen? Wenn wir nur einen fänden, der uns mal richtig anhören wollte. Stundenlang könnten wir unsere Klage gegen den anderen vorbringen. Was ist denn da zu tun? Der Gottesmann Ter Stegen bemühte sich einst um einen Kreis junger Männer, die dicht aufeinander wohnten und die sich schließlich sehr auf die Nerven fielen. Einer von diesen schrieb einen Brief an Ter Stegen, voll mit Klagen gegen die anderen. Da antwortete Ter Stegen etwa so. Glaube du, lieber Freund, von ganzem Herzen, dass du der Allerverkehrteste und Schwierigste bist, dass du den anderen viel zu tragen gibst. Glaube das fest, aber sprich darüber mit niemanden, sondern bekenne es deinem Heiland. Das ist ein guter Rat. Denke einmal darüber nach, wie viel die anderen über dich klagen müssen. Dann lernst du das. Vertrage einer den anderen. Und vergebet euch, wie Christus euch vergeben hat. Jedes Volk und Land hat bestimmte Ordnungen. In England zum Beispiel müssen die Autofahrer lernen, links zu fahren. Auch Gottes Reich hat seine Ordnung. Und die heißt Vergebung. Du brauchst und darfst Gottes Vergebung haben, weil Jesus für dich starb. Und du sollst und darfst allen anderen vergeben, die dich betrübt haben. Herr, lass uns in deiner Vergebungsordnung leben. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Jesus Christus segne dich. Jesus Christus segne dich. Vielen Dank.